Meine liebes Subklangharmonika-Freunde, servus! Wir werden jetzt mit Andreas eine wunderschöne Modell Windisch-Feistritz vorstellen in GCFB und zwar das ist der Harmonika mit 46 Tasten, 2 Halbtöner da haben sie mit X- und H-Bass, auf Zug muss ich selber schaffen, ist Dur wenn sie auch Moll haben wollen, könnten wir das auch machen und wie die klingt würde jetzt der Andreas ein bisschen vorspielen und dann würdest du auch ein bisschen beurteilen wie das Instrument ist Genau, ich probiere es jetzt anfangs und danach kommt eine Beurteilung Und der erste Gefühl? Erstes Gefühl sehr sehr leicht zu spielen also ich glaube, das spielst du ja vorher aber auch ein bisschen durch Optisch zu sehen wunderschönes Instrument, also man muss da schauen das ist ja wirklich Feinstems gearbeitet, also ich bin persönlich auch ganz verliebt in Holz, sagen wir mal Holz jeder Art und die Kombination natürlich von verschiedenen Äußerungen und so weiter und so fort, also wunderschönes Genau, da muss ich dazu sagen, das ist diese Silbereiche, sagen wir den Furnier, weißt du, ist wunderschön und von Luftverbrauch und so auch in Ordnung Gewaltig, also wie gesagt, ist ganz ganz wichtig wenn man mehr spielt man hat es jetzt vielleicht auch gesehen in den Bewegungen, es kommt ein und trotzdem brauchst du nicht viel Luft also sehr gut verbautes Instrument Gratulation! Danke und das muss man noch dazu sagen das Instrument ist sofort lieferbar so wie da ist, Andreas hat jetzt schon vorgespielt und kostet 4.890 Euro nur bis zum 1. Februar dann gehen wir mit Preis ein bisschen nach oben Nutz nix! Nutz nix! So ist das Leben!